Meine Eltern wollen, dass ich lesbisch bin. Wisst ihr, wie es schwer ist manchmal fällt, euren Eltern zu sagen, dass ihr homosexuell seid? Ich habe so viele Coming-out-Geschichten gehört und einige davon sind wirklich herzerreißend. Ich habe das genau entgegengesetzte Problem mit meinen Müttern. Ich bin heterosexuell, aber sie können es scheinbar nicht akzeptieren. Wisst ihr, ich hatte nie einen Vater. Ich bin mit zwei Müttern aufgewachsen und sie wollten immer ein Kind haben. Nachdem sie sich also entschieden hatten, wer schwanger werden sollte, besuchten sie eine Fruchtbarkeitsklinik. Meine Mütter sind fantastisch, aber ich gebe zu, dass es mir als Kind manchmal schwer fiel, zu verstehen, warum meine Familie so anders war. Alle meine Freunde hatten eine Mama und einen Papa. Sicher, einige von ihnen waren geschieden und lebten nicht zusammen, aber ich hatte nicht einmal eine Vaterfigur. Wir lebten in einer Kleinstadt und die Leute dort waren sehr religiös. Ich bin sicher, heutzutage ist es nicht mehr so ungewöhnlich, zwei Mütter zu haben. Aber damals, als ich aufwuchs, waren die Leute nicht so verständnisvoll. In der Mittelschule haben sich die meisten Schüler über mich lustig gemacht. Sie machten böse Witze über meine Mütter und weigerten sich, mit mir abzuhängen. Ich wurde nicht oft zu Partys eingeladen. Sogar manche Eltern warfen mir verurteilenden Blicke zu. Sie tratschten und tuschelten. Und wenn ich zu Hause war, habe ich mich mit meinen Eltern gestritten. Sie waren davon überzeugt, dass ich genauso werden müsse wie sie. Meine Mütter waren Vorbilder für mich, also schien das eine großartige Idee zu sein. Aber dann verstand ich, dass sie damit nicht nur ihre Karriere oder starke Persönlichkeiten meinten. Sie wollten mich davon überzeugen, dass ich homosexuell bin. Ich finde, jeder sollte so akzeptiert werden, wie er ist. Aber meine Mütter wollten nicht auf mich hören. Sie sagten mir immer wieder, dass ich auf Mädchen stehen muss und dass ich einfach nur verwirrt bin. Es war so frustrierend und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Sie waren in jedem anderen Aspekt meines Lebens so liebevoll und unterstützend. Aber wenn es darum ging, in Jungs verknallt zu sehen, wollten sie nichts davon wissen. Während ich aufwuchs, durften keine Jungs zu mir nach Hause kommen. Wenn ich jemals mit einem Jungen meines Alters mich anfreundete, musste ich mit ihm im Park spielen oder im Einkaufszentrum abhängen. Er durfte nicht zu mir nach Hause. Ich ging in die Oberschule und das war der Zeitpunkt, an dem die Situation wirklich einen Siedepunkt erreichte. Meine Mütter begannen, mich mit den Töchtern ihrer Freundinnen zu verkuppeln. Sie fragten mich, ob ich dieses oder jenes Mädchen süß finde. Wir stritten uns heftig und ich rannte weg. Sie würden sich entschuldigen und das Thema für einige Wochen ruhen lassen. Aber bald würden sie eine weitere Bekannte zu sich einladen. Natürlich war das nur ein weiterer, schlecht verschleierter Versuch, mich mit einem beliebigen Mädchen zu verkuppeln. Ich hatte es so satt und hörte schließlich ganz auf, mit ihnen zu streiten. Ich ging zu den arrangierten Verabredungen ins Kino oder zum Mittag. Aber ich hatte keine tolle Zeit und eine Romanze entflammte niemals. Auf diese Weise habe ich ein paar gute Freunde gefunden. Und zum Glück hat jede Frau verstanden, dass ich nicht auf sie stand. Aber es war ärgerlich. Aber wenigstens lernte ich neue Leute kennen und hörte auf, mich mit meinen Eltern zu streiten. Als ich zum College wegzog, war ich erleichtert, dass ich etwas Abstand zwischen meiner Mütter und mir bringen konnte. Wir telefonierten alle paar Tage, aber sie fragten mich über mein Liebesleben aus. Denn während meines zweiten Jahres, in dem ich auf dem College lebte, lernte ich Lukas kennen. Er fragte mich, ob ich mit ihm ausgehen wollte. Und ich sagte ja, obwohl ich es von meiner Familie geheim hielt. Date für Date wurde mir klar, dass er der Richtige für mich war. Und nach einem Jahr des Zusammenseins beschlossen wir, uns zu verloben. Das musste ich meinen Müttern beim Essen erzählen. Lukas stand während dieser ganzen Tortur an meiner Seite. Was uns noch mehr zusammenschweißte und meine Mütter so wütend machte. Wir sind jetzt verheiratet und meine Eltern sind mit ihm einfach nicht einverstanden. Ich liebe sie immer noch so sehr, aber es ist schwer, sie mit Lukas zu besuchen, da sie am Ende immer in böse Streitereien gerieten. Nach einem besonders heftigen Streit habe ich ein Machtwort gesprochen und erklärt, dass ich das nicht länger durchhalten kann. Wir haben uns darauf geeinigt, das Thema gänzlich zu meiden. Die Dinge werden langsam besser, auch wenn es nicht die ideale Lösung ist. Meine Mütter und ich werden nie einer Meinung sein, dass ich heterosexuell bin. Obwohl mich das immer noch ärgert, habe ich mich mit der Tatsache abgefunden, dass ich sie nie ändern kann und sie mich nicht ändern können. Um sie nicht zu verlieren, musste ich ihre Unzulänglichkeit akzeptieren. Ich könnte nicht ohne meine Mütter in meinem Leben leben, egal wie stur sie auch sein mochten. Ich frage mich allerdings, was passieren wird, wenn ich sie wissen lasse, dass ich schwanger bin. Vielleicht macht es das für sie leichter, denn sie wollten schon immer ein Enkelkind haben. Vergesst nicht zu liken!